Hey Leute, ich bin sehr nur 257. So, falls ihr den letzten Part nicht gesehen habt, dann geht das schnell nochmal. Den Tempel mache ich irgendwann später. Jetzt will ich erstmal die erste Welt abschließen bis denne, Leute. Ach, nicht bis denne. Gott, ich mach einfach. Jetzt start das Level. Gott, Mann. Oh, Gott. Der erste Boss, Leute. Der erste Boss. Den kennen wir schon auf dem Intro, den Typie. Ich mach ihn. Komm eher, wenn du dich traust. Olle. Ach, komm schon. Ja, garb. Olle. Garb. Komm nur her, komm nur her. Oh Gott. Ach, Mann. Er bringt euch. Juppé. Olle. Oh Gott. Das wird mal schnell ein kleiner Partner. Komm nur her, oh Gott. Rennen. Wieso? Was hast du gegen mich? Stopp. Stopp. Er briecht noch einmal durch. Ja, wir haben sein letzter Vater recht. Oh Gott, komm her, nein. Rennen, 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 rennen. Ja. Oh Gott. Boah. Scheiße. Oh, da ging Didi-Kong drauf. Ach, naja. War eh nur ein Stück Scheiße. Bam. Boah. Wirklich schnell. Oh Gott. Let's go to verprügeln. Den Hypno-Freak. Genial. Naja. Ja. Hau ab. Jo, was geht. Ne, aber egal. 19, ich wollte aber 20. Egal. Musikgallerie aktualisiert. Das war's. Ich geh nochmal schnell zu weit 2, damit ihr die nochmal schnell seht, zu Gericht bekommt. Jo, das war der Boss, der erste Boss. Bam. Willkommen am Strand. Leute, das ist die nächste Welt. Doch, die ihr seht ihr erst im nächsten Part. Warte, ich bin sehr nur 25, sondern ich mach für heute mal Schluss. Jo, na deine. Ciao.